Ja, hallo zusammen, jetzt kommt zum zweiten Let's Play Shadows Over Innistrad und mir ist eben noch was ganz Tolles aufgefallen und zwar hat mich keiner dran erinnert, wie Maus auf der Gatewatch komplett übersprungen. Ja, kann ja mal passieren. Battle for Sandicke haben wir glaube ich im Stream gespielt, da erinnere ich mich noch dran. Ja, umso besser, haben wir mehr zu tun, also Shadows Over Innistrad machen wir weiter, ihr seht meine Coins sind immer noch oben auf 140, um das vielleicht ein bisschen aufzuklären, erzähle ich euch gleich, wir starten erstmal jetzt hier den Kampf, rede ich gleich nebenbei, sonst rede ich wieder so viel und wir sind. Als Chase auf der Suche nach Sorin beim Anwesen eintrifft, bietet sich ihm ein bizarrer Anblick. Der Landsitz wurde in einer Ansammlung aus schwebenden Steingebilden verzerrt, die der Schwerkraft zu trotzen scheinen. Türmehallen und Pfeiler hängen völlig unmöglich in Positionen und die entzweigerissenen Hauptteil eines Gebäudes. Okay, schauen wir mal, wir spielen gegen die Vampire. Also zu den Coins, ich wollte, was heißt, ich habe ja gesagt, ich wollte die organisieren, aber ich wurde tatsächlich angeschrieben, die Hand ist auf jeden Fall haltbar. Ich wurde angeschrieben, da ich so als YouTuber so viel für Magic mache, ob ich nicht so Coins haben will und auch welche zum Verlosen. Also das ist nicht nur irgendwie eine grobe Vermutung von mir, dass wir da was kriegen, sondern das wird funktionieren. Ich habe auch schon die Codes bekommen. Ich habe meinen Code, der für mich war, auch schon eingelöst. Das dauert anscheinend einen Moment, bis das freigeschaltet wird. Es sind jetzt zwei Tage. Also wenn ihr irgendwann so einen Code vielleicht gewinnen solltet, wundert euch nicht, wenn ihr das einlöst, wenn es ein paar Tage dauert. Aber ich denke ja mal, ich halte euch hier auf dem Laufenden. Wunderbar, Fertigkeitsquest Madness machen wir. Mal gucken, ob hier eigentlich unser Gegner auch mit unserem Deck mithalten kann. Wahrscheinlich nicht. Ja, unser Gegner ist kurz davor, irgendwas zu machen. Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Was passiert denn hier? Ja. Hold it. Hold the stack. Danke. 4-4 Flyer. Wir können nicht blocken oder was? Aber wir können looten. Ja, das bin wohl ich. Ja, wir würden gerne das Ding mit Madness casten. Also, bestimmt mal einen Gegner. Bitte. Ach ja, Mana muss ich nicht haben. So, jetzt haben wir uns gerettet. Ne, wir haben ihn sogar sofort getötet mit unserem Loote-Effekt. Deswegen ist auch der Looter so gut im Draft. Hier, der Looter. Habe ich, glaube ich, mal in einem Draft geflüstert erwähnt. Die Dinger sind gut. Einfach nur so aus Kartenqualitätssicht. Sei es mit oder ohne Madness. Wir spielen unsere Mauer dagegen. Also wir haben den 3 Einsam-Besucher der Anstalt. Slammen unsere Nebelbank dagegen. 0-2 Verteidiger fliegend. Und wir verhindern allen Kampfschaden, der jetzt zugefügt wird. Wenn er also nicht rotes Removal, irgendwie einen roten Burn-Spell hat. Oder ein richtiges schwarzes Removal sogar. So wie ein Deadweight könnte ich auch erwarten. Naja, dann haben wir auf jeden Fall erstmal einen richtig, richtig nice Blocker. Perfekt. Und 1-3 Bram-Wur-Vampir. Ja, das sieht aus wie ein bisschen wie das Intro-Deck. Vielleicht minimal gepimpt. Also wir haben hier noch den Diener. 3-4 fliegend mit der klassischen Illusions-Opfer-Fähigkeit. Legen wir auch. Wir legen Kreaturen aufs Feld. Ganz klare Sache. Sieht auf jeden Fall mal sicher aus. Ich habe mir die alle Karten noch gar nicht angeschaut. 2-4 Investigate. Telling Time kennen wir aus Escape Shift im Modernen. Klaustrophobie habe ich glaube ich im letzten Video sogar schon benutzt. Oh, da war das Fury-Temper. Aber für Max Mana gecastet, so wie es aussieht. Gut, jetzt kommt der Angriff mit beiden. Wir nehmen 2 Schaden. Das ist okay. Aber okay. Anscheinend wollte er nicht die Nebelbank töten. Die hält uns erstmal richtig gut am Leben. Was haben wir hier noch? Auf Antwort drängen. Tappe eine Kreatur. Sie enttappt einmal nicht. Stelle Nachforschung an. Wir legen den 2-4er Investigate Dude, würde ich sagen. Dann können wir nächste Runde uns Mana aufhalten. Oder wir, ähm... Ja genau, wir spielen die Klaustrophobie. Vielleicht hat er ja noch eine etwas stärkere Kreatur. Wir spielen nächste Runde. Die Klaustrophobie haben 2 Mana offen. Können dann gegebenenfalls den Hinweis opfern. Oder die ausgenutzte Zeit spielen. Wenn er jetzt etwas nicht ganz so starkes spielt, dann machen wir einfach auf Antwort drängen. Und schauen mal, was passiert. Er greift mit ihm an. Da blocken wir mit unserer Mauer. Die kann nämlich keinen Schaden kriegen. Falls er irgendwie Combat Trick hat, wollen wir hier nicht den 2-4er reinhalten. Und... Okay. 4-2er Vampir. Und er legt eine Marke auf ihn. Okay. Auch 4-2 jetzt. Hm. Ah, Bücher wälzen. Auch nicht schlecht. Enttappt uns bis zu 2 Länder. Das ist genau das Mana, was wir brauchen. Deswegen spielen wir das jetzt mal. Wir ziehen mal 3 Karten. Hm. Bestimmen 2 Länder, die enttappt werden sollen. Und werfen dann eine Karte aus unserer Hand ab. Nehmen wir ein Land. Länder haben wir jetzt mehr als genug. Und wir halten uns Mana auf. Oder tappen wir eine Runde? Hm. Nächste Runde haben wir 6 Mana. Das würde dann für Klausophie B plus B reichen. Wir machen mal... Wollen wir mal auf Antwort dringen? Sonst eine 4-2er Kreatur ist jetzt gar nicht mehr so schlecht. Ich überlege gerade, wenn ihr angreift, ob wir dann traden wollen sogar. Hm. Wollen wir das? Oder wir legen einfach nur den Bären. Dann greift er vielleicht einfach nicht mehr an. Wir haben eh maximal Kartenvorteil. Hoch 10. Das Ganze mit den Hinweisen. Wir haben hier gleich noch einen Hinweis. Das wird schon klappen. Also einmal nicht ganz so effizient das Mana benutzt. Aber das ist okay. Ich will hier 1 zu 1 traden. Unseren Kartenvorteil nutzen. Vielleicht hat er auch den Combat Trick. Da können wir dann gleich mal gucken. Okay. Da ist nochmal der Bravour-Vampir. Das produziert uns recht wenig. Kein Angriff. Jetzt haben wir natürlich für 4 den fetten Drachen. Da haben wir unseren Bieter. Das ist okay. Mit dem können wir gleich in der Luft angreifen. Ich denke mal, kein Removal beim Gegner in der Hand. Also vermute ich jedenfalls, dass dort kein Removal ist. Ja. Wir geben den Zug ab. Wir wollen nicht unsere X-A-Rei spielen. Wir sacken den Cluestone. Ausgenutzte Zeit ist nicht so wichtig. Da kommt noch Karten ziehen. Okay. Dann kommen hier die Bravour-Pumper. Blutspende. Nett. Sind die Dinger 3-5. Na gut. Ich habe immer noch den 5-5-Vampir, ne? Schauen wir mal. Je nachdem, was er zieht. Bitte nicht noch einen Fury-Temper auf den Drachen. Kein Angriff. Immer wenn die... Okay. Das ist auch okay. Nicht nochmal. Endstep. So, wir opfern unseren Hinweis. Ziehen eine Random-Karte nach. Ich glaube, die Card-Selection brauchen wir nicht. Uh, guter Combat-Trick. Jace prüfender Blick. Der kommt uns sogar echt gelegen gerade, muss ich sagen. Wir klaustrophobieren mal. Das Ding würde ich so gerne töten. Deswegen machen wir da keine Klaustrophobie drauf. Weil er hat gleich keine Handkarten mehr. Mh, 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 mh. Wir drängen mal auf die Antwort. Drängen wir? Ja, ja, nee. Ist eine Hexerei. Wir drängen mal. Und ich würde sagen, wir versuchen mal zu racen. Weil wir können die Klaustrophobie auch noch spielen. Das machen wir auch. Klaustrophobie. Zweite Hauptphase. Auf den. Und falls er angreifen sollte, werden wir wahrscheinlich Jace prüfenden Blick benutzen. Wenn er nicht angreift, werden wir den Hinweis opfern. Das ist auf jeden Fall ganz nett ausgenutzt dann alles. Ach, scheiße. Er greift nicht an. Ich habe den Endstep über... Klassiker. Klassiker. Ihr kennt das Spiel. So, wieder Angriff. Wir spielen mal kurz die ausgenutzte Zeit. Ist ja völlig latte, wann wir die spielen. Wir nehmen uns den... Uh, Unwettergeist ist nice. Oder wir nehmen uns den krüppeligen Delver. Auch nicht schlecht. Ah, ich will Karten ziehen. Und wir legen den Delver auf die Bibliothek. Habe ich das jetzt richtig gemacht? Ich glaube, Shorten. Sehr gut. Äh, leider ein Mana Short. Jetzt überlege ich, wollen wir die Runde... ...ohne unseren Combat Trick spielen? Ja, wollen wir. Was soll das denn? Verteidigung ist gut. Wir racen gut. Haben gute Bieter. Das Leben ist schön. Was sollen wir tun? Okay, da kommt der Angriff. Äh... Auf den Trade bin ich definitiv motiviert. Ne, auf den bin ich überhaupt nicht motiviert. Den Trade hätte ich gerne. Der ist aber auch okay. Ja. Block? Also, es ist echt okay zu traden. Bäh, alles traded. Kein Combat Trick. Optimal. Optimal. So, unser Zug. Da ist der Delver. Wir opfern jetzt aber erstmal den Hinweis. Spiel nichts aus. Greifen mal für maximalen Schaden an. Also, wenn jetzt nicht sonderlich irgendwas mit Eile kommt bei unseren Gegnern, was ich nicht vermute, müssten wir das eigentlich ganz gut gewonnen haben. Freue ich mich auch, dass... Dieses Spiel ist, glaube ich, wesentlich interessanter als das letzte. So, die Länder ballte ich auch auf der Hand. Wir legen unseren komischen Delver. Ja. Nein, es ist keine gute Idee, alle Länder ins Spiel zu bringen. Nicht in dieser Situation, weil wir den Unwettergeist haben, der ja immer stärker wird. Aber gut, 5 Flying würde reichen. Jetzt kommt natürlich dazu, ähm... Hat er Removal? Aha. Er hat Life Gain. Okay, geht nur auf 8. Das ist immer noch genug. Weil wir gleich noch eine Karte ziehen im nächsten Zug. Ich tippe mal auf keinen Angriff. Ja, doch. Angreifen kann er auch. So, nehmen wir mal keinen Schaden. Bin ich sehr motiviert zu, keinen Schaden zu nehmen. So, minus 1, 5. Und den anderen haben wir mal schön mit unserer Mauer geblockt. So, und wir haben genau 8. Okay, wir haben viel mehr Schaden in der Luft. Unser Delver ist noch geflippt. Schauen wir mal, was wir noch gezogen hätten. Noch eine Klausophobie. Wunderbar. Ganz entspannt. Und dann einmal Overkill, bitte. Ja, wunderbar. Haben wir die Vampire auch weggeklatscht. Und ich freue mich auch, dass wir noch mehr Battle for Sendika haben. Das gefällt mir sehr gut. So. Weiter. Ah ja, und wir haben auch ein bisschen was für die Quests bekommen. Das gefällt mir natürlich auch. Im Inneren des Anwesens fehlt jede Spur von Sorin. Stattdessen findet Jace die grausigen Überreste der Markhof-Blutlinie, eingeschmolzen in die steinerne Mauern. Auch schön. Bei näherer Betrachtung entdeckt er einen entscheidenden Hinweis. Blöden Clou. Ein zerfleddertes Tagebuch. Tagestuch. Voller Aufzeichnungen über die jüngsten Ereignisse auf Innistrad. Okay, nice. Wir kaufen uns noch einen Booster in diesem Video. Ich habe ja auch gesagt, gestern das Video war ein bisschen knapp. Ich werde euch nachher noch ein zweites hochladen. Wir rippen jetzt einen Booster. Das sollte jetzt hier, das Video, was ihr jetzt seht, müsste abmittags verfügbar sein. Und heute Abend, nach der Arbeit, stelle ich euch noch das zweite Online-Habdeutsch-Doppelfolge. Müsste ja zu eurer Zufriedenheit sein. Hoffentlich, hoffentlich. So, schauen wir mal. Booster Rippen. Aber was hin? Wäre ich motiviert zu? Der Ladevorgang läuft. Und... Ja, wäre ein paar Euro im echten Leben gewesen. Declaration in Stone. Verkündung in Stein. Zweimal in der Sorcery. Schick eine Kreatur. Und alle Kreaturen, die den gleichen Namen haben, ins Exil. Und der Besitzer bekommt für jede Non-Token-Kreatur, die wir damit ins Exil geschickt haben, einen Hinweisspielstein. Aber es ist trotzdem ein nicest Removal, wenn wir weiß spielen wollen. Was haben wir noch? Wieder aller Hoffnung. Ja, vielleicht... Na, nichts für das Inchantment-Deck. Engelhafte Säuberung ist nicht schlecht. Durchbohrendes Licht ist solide. Bücherwälzen ist solide. Ranzige Ratten sind so mittelprächtig. Ach, ja, da wollen wir... Da wollen wir nicht, äh... Uh, und wir haben die Starterbox erhalten. Arktype, Verwerter, Verbündete, Vampire, Nebel des Wahns, ist Delirium. Ach ja, nett. Ja, haben wir direkt die ersten Karten bekommen. Finde ich ganz geil. Aber bevor wir natürlich ein Deck bauen mit den neuen Karten, würde ich sagen, spielen wir erstmal hier alles frei. Spielen dann eventuell alles aus... Aus... O's auch noch frei. Und dann können wir neue Decks bauen, ein bisschen online zocken, etc. Ich wollte auch im nächsten Monat wieder live streamen. Da können wir vielleicht online gegeneinander spielen auch. Also lässt sich, denke ich, einiges machen. Wie gesagt, heute Abend kriegt ihr noch eine Folge. Da geht es dann gegen den nächsten Gegner. Und an der Stelle starten wir dann... Ja, nachher wieder ein. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich wünsche euch erstmal noch einen schönen Tag. Bis später. Ciao. Ciao.